Grüß Gott! Die Normalisierung von Rechtsextremen, das ist einmal eine Sache. Zweite Sache ist, dass wir halt hart erkämpfte soziale Rechte verlieren, die man nicht so leicht wiederbekommen wird. Und dass einfach eine Desolidarisierung der Gesellschaft stattfindet. Dass Leute gegeneinander aufgehetzt werden. Und es ist nicht nur Ausländer gegen Inländer, sondern Arme gegen Reiche. Alliator! Alliator! Antifaschista! Alliator! Antifaschista! Juno 2019! Dr. Westen yang Alba It your nichtся太 Man. Juno 2019 und 2 valors cooperate! This is an historic moment from which there can be no turning back.